Heute ist ein Gebetstag, aber auch, wenn Sie es wollen, ein Fasttag, natürlich ein Hoffest der Kirche, aber jeder weiß, dass man am Hoffest nicht fastet. Aber um der Mutter Gottes ein Geschenk zu machen, gerade heute bei dieser so wichtigen Weltweihe, habe ich für mich für einen Kompromiss entschieden. Früh und Abend gibt es Wasser und Brot, am Mittag wird normal gegessen, um einfach der Mutter Gottes dieses Geschenk zu machen. Und es ist natürlich ein Tag, an dem wir uns wirklich Zeit nehmen sollen, persönlich auch den Rosenkranz zu beten, natürlich auch mit dem Radio und intensiv um den Frieden beten sollen. Das ist ja jetzt gerade das, was jetzt besonders prekär ist. Mitten in diesem Krieg bitten wir um die Gnade des Friedens. Hört auf im Namen Gottes mit diesem Bombardement, mit diesen Bombenangriffen und diesen Attacken, hat der Papst gesagt. Setzt wirklich und entschlossen auf Verhandlungen. Sorgt dafür, dass die humanitären Korridore effizient und sicher sind. Im Namen Gottes bitte ich euch, beendet doch dieses Massaker, Papst Franziskus. Und wenn viele jetzt beten, und ich weiß, es sind viele, das wird eine Wirkung, eine Kraft vor Gott haben. Und wir beten jetzt um ein Ende dieses Krieges heute an diesem Hoffest der Verkündigung des Herrn. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter der Kirche, bitte uns viele geistliche Berufungen und christliche Familien. Amen. Am 25. März ist immer der Haupttag, das Hauptfest von allen Marienfesten bei der Weltfamilie von Radio Maria. Und es wird dann immer auch die Weihe gebetet. Ich habe deinen eigenen Text aufgesetzt, der jetzt auch ein bisschen weiter gegriffen ist und weiter gefasst ist. Herr, wir bringen dir jetzt alle, die einen Ruf in die besondere Nachfolge erhalten haben, im Priester- oder Ordensberuf. Heute ist ja auch der Tag, an dem die Mutter Gottes ihre persönliche Berufung erfahren hat, nämlich Mutter Gottes zu sein. Wir bringen dir, dass sie diesen Ruf erkennen, annehmen und dass er bewahrt bleibt. Wir bitten besonders auch für jene, die in schweren Situationen entstehen, Anfechtungen und Überforderungen durch zu große Arbeitslast. Zeige ihnen, wie sie in ihrer Lage bestehen können. Erhalte sie in der Freude. Führe sie zur ersten Liebe zurück. Wir bringen dir alle Frauen und Mädchen, die in einem Gelübde an dich gebunden haben, dass sie, wie Papst Franziskus es formuliert, ein mütterliches Herz haben und eine große Liebe und Weite an den Tag legen. Maria bereitete sich auf die Ehe mit Josef vor. Herr, wir bitten dich, dass Männer und Frauen geistlich reif den Bund der Ehe eingehen. Lass sie erkennen, ob sie füreinander bestimmt sind und den anderen auch glücklich machen können. Gib, dass die Eheleute sich gegenseitig ergänzen, sodass ein echtes Miteinander da ist und nicht ein Neben- oder sogar ein Gegeneinander. Herr, wir bringen dir auch jene, die auf der Suche sind, nach dem richtigen Partner für den Bund des Lebens. Schenk ihnen doch die Gnade, dass sie diesen finden. Mit dem Ja-Wort der Gottesmutter hat nach der Tradition auch die Empfängnis stattgefunden. Herr, wir danken dir für alle Frauen und Männer, die auch heute den Mut haben, Ja zu sagen zu einem Kind. Segne sie, das Kind zu erwarten und segne auch den Augenblick der Geburt. Wir bringen dir alle Frauen und Männer, deren Lebenspläne durch eine Schwangerschaft durchkreuzt worden sind und die an eine Abtreibung denken. Sie mögen den Wert und das Geschenk des Lebens, das sie gezeugt haben, erkennen und Ja dazu sagen. Lass ihnen Hilfe zuteilwerden, damit sie einsehen, dass die Tötung eines Menschen im Mutterlowschoß nie eine Lösung sein kann. Mögen jene, die eine Abtreibung vorgenommen haben, ihre Schuld erkennen und zum Gott des Lebens, zu ihrem Vater zurückkehren, um dadurch wieder innerlich frei und froh zu werden, nach dem, was geschehen ist. Wir bringen dir heute am Hochfest, an dem der Engel Gabriel die frohe Botschaft verkündet hat, alle, die durch die modernen Kommunikationsmittel das Evangelium verkünden, besonders unser Radio und alle Bemühungen und Einsätze der nächsten Wochen und Monate bei den Initiativen von Team Deutschland, Pfarrei der Woche und ganz besonders dem Mariaton. Dem unbeflägten Herzen Mariens vertrauen wir besonders die afrikanischen Länder an, für die wir beim nächsten Mariaton vom 13. bis 15. Mai sammeln werden. Es sind Nigeria, Südsudan, Kibeo, Gabun, Malawi, Angola, Mosambik, Tansania, im Mittleren Osten, Irak, Syrien, Jordanien, Ägypten und sieben marianische Heiligtümer, für deren Unterhalt wir auch Geld sammeln. Also eine ganz schöne Menge. Du weißt, wie sehr deine Söhne und Töchter dort leiden und seien der Hoffnung und Ermutigung brauchen. Lass den kommenden Mariaton, durch die Fürsprach der eigenen Therese von Lisieux, den Reliquien bei uns sein werden, über alle Erwartungen hinaus fruchtbar sein. Wir legen alles in dein unbeflägtes Herz und bitten um Erleuchtung, Kraft, Stärkung, Überwindung, alles Bösen. Am Hochfest der Verkündigung des Herrn schauen wir besonders auf die Gottesmutter Maria. Wir weihen das Radio und die Mitarbeiter, hauptamtlich oder ehrenamtlich, ihrem unbeflägten Herzen. Wir bringen dir die Mitgliederversammlung, den Vorstand, alle, die in Leitungspositionen sind und Verantwortung tragen. Schenke uns Fantasie, Kraft und Gesundheit an Körper, Seele und Geist, Schutz und Segen auch für die Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das wird ihr immer auch bekommen, um so alles meistern zu können. Segne besonders die Spender, die Wohltäter, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Hauptamtlichen in allen Hauptabteilungen des Radios, Redaktion, Technik, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung. Und so kommen wir auf uns und unser ganzes Land und das Radio der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.